Juhuuu Schalkefreak 1990 in der Haus oder oder wie Frau Holle ist der Beste, ne Frau Holle ist ja natürlich irgendwas mit Schnee und so, aber ich mach mal die Hand weg, jo wo ist das Bett, hier ist das Bett Glück auf, ja und ja, April April sag mal kannst du uns jetzt schon mal bis zum April Wetter bringe, ja es ist so, weil es regnet und es sich irgendwo gar nicht zu unterstellen gibt habe ich mir keine Chance, warte aber heute mal von hier oben mal aus, mal hier ein bisschen so, zu filmen mal gucken und vor allem, wie ist das hier so ist, so von hier oben, also kurz davor und schaut euch mal da unten an, da unten ha, da geht schon richtig so Sache da ist schon Einlass und so, ja wir sind zwar schon hier drin irgendwie, wir gehen aber ich schau uns jetzt gleich an, wenn wir gleich nach oben gehen, es ist auf jeden Fall so es ist nass kaltes April Wetter, 1. April Schalke 04 gegen Bayer 04 in Leverkusen ja, 1. April und so so, ich hab euch ja versprochen das soll ja etwas besonderes sein ähm, ja aber das werde ich euch jetzt gleich drin erzählen, also bis gleich in ein paar Minuten Schalke bis zum nächsten Mal